Und er sagte, aleyhis salatu was salam, ettaquun nara walau bi shikka tamra. So sollt ihr Allah azzawajal fürchten. Fürchtet das Höllenfeuer, selbst wenn es mit der Hälfte von einer Dattel ist. Schau mal, wenn du nichts anderes hast, die ist Hauptsache, was du bewahrst dich vor dem Höllenfeuer. Wenn es auch etwas Kleines ist. Fa man lam yajid shikka tamra fa bi kalimatin tayiba. Wer aber auch nicht die Hälfte von einer Dattel findet, dann mit einem guten, guten Wort. Hauptsächlich du rettest dich vor was? Vor dem Höllenfeuer. Das ist das, was verlangt ist. Manche Leute, wallahil azim, sie haben nicht einmal ein Lächeln für ihren Bruder übrig. Dieses Lächeln könnte eine große Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala sein.